Hallo und herzlich willkommen zurück, euer Headset Sniper mit eurem, oder meinem, wie auch immer, One Piece Unlimited Adventure Let's Play Projekt. Und ja, wir bauen immer noch einen Apfel. Immer noch auf der Suche nach einem Apfel. Äh, ja, wir haben nochmal neue LED, können wir auch schnell bauen. Ops, das war zu schnell gedrückt. Egal. Hm, let's go. Ach, mein Controller hat sich da gerade verfallen. So. Okay, gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal in den Dschungel, in der Hoffnung, da einen Apfel zu finden. Wir brauchen, soweit ich das gesehen habe, nur einen einzigen. Also, hoffe ich mal, dass es nicht so schwer wird. Naja, vielleicht finden wir auch noch ein paar Events, die wir machen können. Stimmt ja, kann ich auch mal nachschauen, vielleicht gibt es sogar schon welche. Dafür, kann ich noch nichts. Da fehlen noch zwei Stück. Golden Tree Fruit, also ein goldener Apfel. Äh, das könnten wir machen. Äh, so. Und das wollen wir machen. Ja. Gut. Dann auf in den Dschungel. Da gibt es auf jeden Fall noch sehr viel zu entdecken. Ich freue mich. Äh, geht das mit Chopper in mich? Nein, von dem geht es nicht. Oder? Stimmt. Hm. Keine Ahnung, vielleicht. Egal. Das haben wir beide Dinger ein. Können wir es ja immer. Ich werde aber den Gegner etwas ausweichen, weil, ja, müssen wir jetzt nicht mehr nochmal alles machen. Ich möchte ja eigentlich nur schnell, äh, ja, Äpfel. Das brauche ich ja nicht, deswegen. Ja. Äh, also ich würde sagen, wir sollten uns auf jeden Fall noch das östliche Gebiet anschauen. Wir sind ja letztes Mal schnurstark zum Boss. Da sollte es aber noch mehr geben. Äh, ja. Äh. Bäm. Kommt, das reicht. Das ist sehr schön. Letzt noch. Gut, gut, gut. Äh, ja, Zorro. Keine Ahnung. Kommt, komm, komm, komm. Oh. Kommt, da noch was runter? Hm, hopp. Da war noch ein. Komm, komm, komm. Nein. Ah, okay. Gut. Dann halt nicht. Äh, rechts. Dahin will ich. Ich werde es lieber öfters auf die Karte schauen, als die ganze Zeit im Kreis rum zu rennen. Ich hoffe, das stört euch nicht. Ähm. Wie war das? Ne, hier war die Abkürzung auf der anderen Seite. Hm, das heißt, wir müssen zum Boss. Okay. Und immer schön auf die Items achten. Damit, äh, ja. Wir keine wichtigen Items verpassen. Nein. Mir egal, dass ihr mich angreift. Auf diesen Bäumen gibt es so zwei, ich weiß, sowieso, keine Äpfel. Verschneiden, Saka-Se. Sehr schön. Ja, im Dschungan bewegt man sich wohl wirklich mit ihm am besten fort. Ähm, Flak. Ach, den, war das? Stimmt. Äh. Kann ich machen, indem ich noch ein Feuer. Nein, das wird mir nicht mehr weggeben. Äh. So. Ach, wir können jetzt hier jetzt etwas Neues holen. Was soll das? Das durch mal noch wegmachen. Reicht das? Oh, wir brauchen noch fünf grüne. Okay. So. Es gibt noch grün. Das gibt noch einiges an grün. Äh. Und das. Gut, dann müssen wir halt mal wieder ein bisschen Medizin herstellen. Aber was soll's. Noch eins. Äh. Grün, grün. Zu wenig, zu wenig. So. Na gut. Soll's. Das brauchen wir eh grad nicht. So. Das geht auch nicht. Sehr schön. Ah, nice. na gut egal ist das so sind wir auch mal wieder ein paar items los geworden das hat sich doch schon mal gelohnt damit können wir unsere noch nicht funktionierende angel auf ausweiten aufbessern wäre war noch nicht da sieht einfach übel aus noch fast übersehen stamina powder ok da haben wir jetzt dass das stamina powder wieder zurück wie viel denn 11 ok das hat sich wohl nicht so wirklich gelohnt das ding das sieht interessant aus so kann man sehr schön sehr viele sachen abbauen sehr viele items ok dann lassen wir mal robin vorlesen was da drauf steht it seems the contents of this monument are perfect fit for our captain huh what's it say wrapped in flames concealed in ice skills of a hunter harder than stone tempered like steel no pressure escape in other words it'll allow you to catch about anything wow ok is up go ahead and make one sehr schön enhanced bug catcher net damit können wir uns ein verbesserte fangnetz bauen ja ihr habt ja schon mitbekommen dass da ich glaube das war bei dem feuer feuerkäfer in den ruinen den konnten wir nicht fangen obwohl er schon im netz war ist da wieder abgehauen und das so irgendwie kann sein dass wir das wechsel aber ja auf jeden fall nein 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 nicht vergift nicht vergiften das hat sich schmerzhaft angehört ja das war schon ein wichtiger gab es hier ach genau das war hier ja jetzt dürfen wir langsam in das gebiet kommen wo es auch äpfel geben sollte ja wunderbar funktioniert doch ja vielleicht kommen wir irgendwie anders nach westen dann wenn wir gerade schon hier sind wenn wir gleich ihn heilen das war daneben da haben wir doch sogar fast wieder voll geil und ich wechsle wieder mal frankie damit er auch mal wieder auf level 2 sehr viel hp aber kann noch so gut wie keine attacken das möchte ich doch gerne ändern hier geht es weiter hoch an den anderen weg haben wir gar nicht stimmt ja hier dürfte es auch noch auf jeden fall wieder holz dann können wir vielleicht bald die brücke bauen und ich glaube wir waren noch nicht hier entlang ob wir sagen ja kann man hier überhaupt schon entlang ich bin mir nicht sicher nein kein orb also der orb ist auf der anderen seite das heißt ein zweiter rechts ja doch hier findet man lang rein theoretisch wenn hier denn ein eingang wäre okay hier können wir noch nicht entlang dafür muss immer noch was müssen wir glaube ich erst wieder ein dokument finden er ein monument aber auf jeden fall haben wir die dinger hier ein und lasst uns dabei nicht für den gegner treffen und jetzt dann lang ich hätte cool gefunden wenn man das schiff reingehen hätte können aber was soll es das ist das ist ja